Liebe Freunde, wir müssen dahin kommen, dass es völlig selbstverständlich ist, wieder völlig selbstverständlich ist, dass jemand, der Deutschland für ein mieses Stück Scheiße hält und der dazu dann noch Millionen Ausländer in dieses mieses Stück Scheiße lockt, in keinem Parlament ist, auf keiner Straße ist, sondern in einer geschlossenen Anstalt ist und nie wieder rauskommt. Denn, liebe Freunde, wir sind ja nicht als Psychopathen friedensfähig. Friedensfähig sind wir als gesunde, selbstbewusste Bürger eines souveränen Landes, das willens und imstande ist, seine Grenzen, die es kennt und die es respektiert, zu verteidigen. Und wenn wir dahin kommen, dann können wir mit Bertolt Brecht sagen, wenn wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir es.